Hallo, ich bin Linda und ich bin eine Jumpstyle-Tänzerin. Ich und meine Freundin Graziella, wir suchen neue Leute für unsere Tanzgruppe im Kupferdechle Pforzheim. Unser Training findet im Kupferdechle Pforzheim statt und wir trainieren hier ab ungefähr 18 Uhr jeden Donnerstag. Bei Interesse kann man sich natürlich auch privat treffen und am Wochenende oder unter der Woche zusammen tanzen, wenn jemand sagt, oh man, Donnerstag abends, das geht bei mir überhaupt nicht. Ihr denkt, ihr könnt nicht tanzen, aber ihr habt Lust zu tanzen, ihr wollt mal was Neues machen, Sport treiben. Dann kommt ins Kupferdechle und hier könnt ihr Jumpstyle lernen. Ich tanze Jumpstyle seit fast sechs Jahren und Graziella seit ungefähr zweieinhalb Jahren. Ihr könnt hier einfach mal vorbeischauen, ihr könnt auch Freunde mitnehmen, wenn ihr nicht alleine kommen wollt und es euch mal anschauen. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich schon sehr viele Leute kommen gesehen habe und gehen gesehen habe. Ich habe sehr viele Leute trainiert und ich würde mich echt freuen, neue Leute kennenzulernen und mit ihnen zu trainieren. Wir suchen junge Leute im Alter von vielleicht 15 bis 25, die einfach Lust haben, was Neues auszuprobieren und sich schon immer für Jumpstyle interessiert haben. Wir sind keine Tanzschule oder so etwas in der Art. Wir trainieren privat in unserer kleinen Gruppe. So mache ich das schon seit sechs Jahren. Lasst euch nicht einschüchtern, dass ich und Grazie zwei Mädchen sind. Die Underground Jumpstyle Szene besteht, ich sage mal zu 95% aus Jungs. Es ist jetzt nur reiner Zufall. Es gibt viele Vorurteile gegenüber Jumpstyle und ich möchte euch zeigen, dass es nicht so ist, wie in den Tanzschulen eigentlich gezeigt wird, sondern dass viel mehr Leidenschaft und Energie dahinter steckt. Das Wichtigste beim Jumpstyle ist nicht einfach sinnloses Rumgehüpfe oder auf den Boden stampfen. Es braucht wirklich eine sehr konsequente Körperspannung und man braucht auch sehr viel Energie und Ausdauer, die man sich antrainiert. Man braucht ein Taktgefühl, ein sehr gutes. Wir haben schon sehr viel erlebt. Wir waren in so vielen Städten. Wir unternehmen Ausflüge zu Jumpmeetings in Deutschland und in anderen Ländern. Wir treffen neue Leute. Wir treffen alte Freunde aus der ganzen Welt. Wir hatten schon etliche Auftritte. Wir werden auch Auftritte haben. Wir sind keine Tanzschule. Wir tanzen auf Vorzahnstraßen. Und das Gutverdächtnis bietet uns die Möglichkeit, auch in Räumlichkeiten zu trainieren. Der Interessemarkt kann sich ja einfach auf der Kupferdechner Facebook-Seite melden oder auf der Web-Adresse. Oder ihr könnt es noch einfacher machen und mich einfach persönlich in Facebook anschreiben. Wir sind offen für jeden und wir freuen uns über jede Rückmeldung. Schreibt mir einfach und vielleicht sieht man es sicher dann mal.